So, ich habe schon mal die Herausforderung neu gestartet, da wir beim letzten Mal jetzt zweimal versagt sind. Aber alle guten Dinge sind zehn bei mir. Und dann wird das schon passen. Jetzt kriegen wir das schnell hin. Ja, ja, hier. So. Den haben wir. Den haben wir. Ich muss jetzt einmal swingen. Ui. Oh nein. Das wird nichts mehr. Das war mein Fehler da, irgendwie gegenzuspringen. Aber wir sind schon mal besser geworden. Vielleicht versuchen, dass wir noch besser werden. Weil das ist da vorne, wie gesagt, der Anfang, der einfachste Start. Ich weiß nicht, ob man mit dem Pilz sich wirklich ein paar Sekunden sparen würde, weil man eigentlich schneller hochkommt. Das kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Wir haben Zeit. Das hat sich massiv Zeit, aber wir haben Zeit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So darf das. So darf das. So darf das doch. Wir haben, wenn nicht. Wir haben es dauernd. Wir machen es heute. So. Daher wird es schon mal sein. Wir haben es aber auch noch nie gewinnt. Sonst Tiny... Warte mal... Donkey Kong hat auch noch so'n Ding... Schau mal in viele von den 5 Dingen, dann müssen wir doch alle aufladen... Also sehe hier... Bewegelung verklicke ich mich eh tausendmal... Sollte ich mit dem Teil alle aufladen sollen... Direkt alle 15... Das ist einmal... Okay, es ist über dem Netz... Das heißt, wir müssen 25 Sekunden nur... Oh... Was soll man das denn schaffen? Keine Ahnung... So auf jeden Fall nicht... Hier ist ja noch außen... Na gut, dass wir Donkey Kong gewählt haben... Ist ja auch ne Außenlageranlage... Hier ist einer für Tiny... Hier geht's wieder rein... Warte mal, wenn's hier reingeht... Dann gehen wir doch noch mal schauen... Ich frag mich, wie wir da hochkommen... Oder kommen an dieser hochgeschossen... Wenn man alle... Freigeschaltet hat... Alle Schüsse an dieser komischen Pilzwand... Vermute ich mal jetzt auch ganz stark... Wenn man da oben jetzt... Wenn ich jetzt hier hochgehe... Irgendwas besonderes... Okay... Und... Ab in die Luft... Über den Wolken... Dann schießen wir uns wieder durch die Fässer... Jawohl... Wir haben noch eine Fassauswahl... Mal gucken, was wir für Fässerauswahl haben... Und zwar... Geht's darum, dass man nur hier Banane einsammelt... Nein, ich hab die Banane nicht gekriegt... Und daneben... Aber wir gehen nochmal hoch... Wir müssen hier einen Bananen haben... Feuer frei! Das Kapitel hätten so sehr... So mit Ranken... Ein paar... Pilzen ausstatten können... Und das war hier eine riesen Schussanlage... Jawohl... Wir haben sie... Uh... So knapp... Und das war total daneben... Nochmal noch eine Runde... Er muss... Entweder mehr Bananen... Es wird nur eine Bananen... Oder eine... Joltene Bananen... Ich seh auch gar nichts... Was darauf hindeuten könnte... Kabel... Du störst... Das... Hände... In... In... Die... Hosen gehen könnte... Den ist eine Art... Ring... Oder so... Wo lang? Nein... Eine Meldung... Sieht auch das Spiel klicken... Ah... Mal eine Rundfahrt... Ich hab jetzt hier gerade eine Felder Meldung rausgeschickt... Nein... Was ist das für ein komischer Ring? Nochmal... Ich hab diese Ringe auch noch nicht gesehen... Das ist für mich... Neu... Oh... Ich hab drüber geschossen... Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge... Erstmal das Kabel hier wegtun... Das definitiv... Das... Nervt ein bisschen am Mund... So... Ich hab wie gesagt... Mit so einem PS3-Controller... Zocke... Und für mich... Das hat ein bisschen einfacheres... Ich komm da mit der Steuer ganz gut hin... Denn... Wenn man sich einmal wieder eingefunden hat... Dann ist das ok... Standardmäßig jetzt hier... Das mit den Instrumenten und mit den Waffen... Laufen... So... Nochmal springen... Laufen... Schlagen... Kameradrehen... Ist ein bisschen blöd... Aber geht auch... Oh... Wenn ich da hinfliege... Dann geht er da hin... Und dann keine Ahnung... Oder wie... Warum... Warum da drüber... Ok... Einmal noch... Und dann... Lass ich's erstmal... Dann komm ich hier irgendwann mal wieder zurück... Dann machst du es... Schnell... Nicht auf Kalkit oder hier Ränder... Mindestens bis da oben wieder hin... Und tschüss Donkey Kong... Naja... Lass wir's mal... Wenn ich hier nicht... Nichts finde wie es weitergehen soll... Den weiß ich das auch nicht... Oh nein... Einmal Pause drücken... Wieder zurück... Dann geht's wieder... Okay... Hier geht's auf jeden Fall noch höher... Warte mal... Ist da noch was? Ne... Mo... Waffe aufladen... Hier ist der... Der Fuzzi... Jetzt müssen wir mit... Didi hoch... Und sich sein... Ding holen... Das ist ein bisschen... Schwierig damit... Aber da oben ist doch auch die Banane oder so... Oder was ist da... Hallo? Hallo? Hallo seid ihr da? Ist auch gut zu wissen... Eine andere Seite... Wie man gleich mit einer Granate empfangen... Auf jeden Fall geil... Hier ist glaube ich die... Ne... Da ist ein Swing... Okay... Da geht's noch höher... Entwarte mal... Ich geh erstmal in den Swing rein... Dann... Oder? Das... Aua... Ah... Das ist so ein... Nacht... Kann man die Welt auf Tag und Nacht umschalten? Das würde mich interessieren... Okay... Ich bin sehr angetan von dieser... Steuerung an den Bergen... Okay... Da können wir runterfallen... Wir werden hier eindeutig doch hoch geschossen... Kann mir doch keiner erzählen... Dass er... Nein... Dass wir da mittig irgendwie hoch... Oder runter springen müssen... Das wäre unmöglich... Für mich zumindest... Genau mit dieser... Dieser Ausstieg hier... So steil hätte man das jetzt nicht bauen können, oder? Denn... Denn... Oder hier ist die Banane... Ich weiß nicht mal, dass das hier ist... Also hier ist noch ein Wechsel... Das heißt, wir können hier wechseln... Um für die... 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 Schablone zu holen... Die Schablone... Ah, hier ist noch 5... Sauber... Äh... Okay... Aber... Neues... Okay... Dürfen wir noch nicht rein... Hier hat unser Dickerchen noch was... Okay... Da sind die Fresser... Okay... Warte mal... Da können wir ja mal rein gehen... Und dann mach ich einen kurzen Cut... Weil die eine Folge da... Ein bisschen... Äh... Länger gedauert hat... Ein bisschen länger wach... Und wir können mal gucken... Wie viel er braucht hat... 300... Okay... Haben wir jetzt noch nicht so ganz... 300... Ich würde auch sagen... Dann machen wir uns erstmal hier ein bisschen auf Takten... Vielleicht müssen wir sogar... Erstens... Andere Level... Und uns den anderen Donkey... Und was ich auch stark vermute... In diesem Fall... Denn der... Ist doch hier viel... Ausschlaggebend... Ding was Neues hier... Sind das andere Granaten... Weiß ich... Wenn es jemand kennt... Würde ich mich gerne über einen Kommentar freuen... Aber ich glaube bis dahin... Habe ich es auch schon herausgefunden... Muss ich dazu sagen... Warte mal... Sonst... Ich... Warte mal... Ich geh nochmal einmal rum... Und rum mit meinem Lenky... Da unten ist was rotes... Lenky... Kommst du da wohl hoch? Dachte ich mir schon fast... Und... Adios... Hatte ich schon fast die Vermutung doch richtig... Ah... Guckt meine an... Beidseitig? Okay... Hier ist die Seite... Wo wir ihn müssen... Eh... So... Da müssen wir runter... Ich glaube beide sind gleich in dem Fall... Ah... Schnell... Uh... Piu... Glück gehabt... Wo ist das denn hier? Warte mal... Er ist lila... Er ist lila... Er ist lila oder blau? Was bist du nun? Ne... Ist blau... Du bist blau... Gelb... Rot... Den... 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 Ja, in der Reihenfolge. Okay. Ist denn jetzt auf der anderen Seite was anderes noch? Die bleiben jetzt anschein- ne, der gibt's. Ich hab ein Foto für dich. So, das heißt, müsst ihr hier... Oh, ich hab wieder die Folge zu lang. Naja, macht jetzt was. Wie müsste dann das andere sein, ne? Finde ich sogar richtig. Ich würde sagen, ne Banane noch. Kurz zum Ende. Kleine Ehrenpflanze. Gut. Wir haben noch beieinander zum Schluss. Die Folge ist doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich mir gedacht habe, das zu machen. Aber das würde ich sagen. Ich mach einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge sofort wieder. Ja. Ja.